Servus ihr Lieben und schön, dass ihr in dieses kleine Video reingeklickt habt. Es geht um Ghost of Tsushima, was ja jetzt zufällig auch für den PC erscheint. Das ist aber wirklich Zufall, denn der Grund für dieses Video ist nicht dieser PC Release, sondern ich habe in den letzten Wochen, ja ungefähr schon seit einem Monat, tatsächlich einfach mal wieder Ghost of Tsushima gespielt. Und zwar auf der Playstation 5, das erste Mal in der Director's Cut Version, das heißt auch wirklich mit etwas, ja etwas aufgehübschter Grafik, mit 60 Bildern pro Sekunde in meinem Fall. und wollte das Spiel einfach nochmal genießen, wollte wirklich nochmal schauen, wie spielt sich das für mich. Und ich muss sagen, auch beim zweiten Spieldurchgang, obwohl ich ja die meisten Elemente immer noch gut kannte und vor allem die eigentliche Story, so die entscheidenden Elemente der Story immer noch sehr gut im Hinterkopf hatte, dieses Spiel ist wirklich fabelhaft. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Und das bezieht sich wirklich auf viele verschiedene Elemente. Ich meine damit tatsächlich die Story, ich meine damit tatsächlich das Gameplay, ich meine damit aber auch den Sound, ich meine auch die Grafik, die Technik insgesamt. Und ich muss sagen, obwohl hier keine große Verbesserung stattfand im Vergleich zur Playstation 4 Version, sieht das Spiel auch jetzt auf der Playstation 5. Und das wird es auch auf dem PC. Wirklich sieht das Spiel immer noch gut aus. Es ist absolut annehmbar. Die Gesichtsanimationen sind wirklich schön, in den allermeisten Fällen sogar sehr schön. Man kann die Emotionen, die da dargestellt wird, immer noch sehr gut nachvollziehen. Es ist wie ein bewegliches Gemälde. Es ist einfach wunderschön. Die Spielwelt ist wirklich wunderschön. Und das Spiel macht einfach Spaß. Und dabei erfindet Ghost of Tsushima das Open-World-Rad hier gar nicht neu. Und man muss auch festhalten, dass Sony ja durchaus auch schon ein wenig in die Kritik gekommen ist, weil deren Open-World-Spiele ja auch, ich sag mal etwas negativ, sehr stark in diese Ubisoft-Formel reingegangen ist. Und diese eben auch stark ausgeschlachtet hat. Gerade in der PS4-Ära, da gab es ja sehr viele Spiele, die einfach die typischen Elemente verwendet haben. Sei es ein Days Gone, sei es ein Spider-Man, sei es ein Horizon Zero Dawn, also der erste Teil. Oder eben auch in dem Fall ein Ghost of Tsushima. Bestandteil dieser Spiele ist eben, dass man erkundet, dass man Nebenaufgaben hat, dass man Sammelobjekte hat. Das sind alles die ganz typischen Elemente, die natürlich Ubisoft macht und die Sony eben auch macht. Aber die bei Ghost of Tsushima, und auch das ist mir dann bewusst geworden beim zweiten Spieldurchgang, zumindest in den Nuancen so weit verändert wurde, dass man sagen kann, es fühlt sich zumindest ein bisschen anders an. Und das fand ich ja beim ersten Spiel wirklich überragend und finde es aber auch jetzt immer noch toll. Eine Sache wäre da zum Beispiel die Führung. Also wie man einen Ort, wenn man den auf der Karte markiert hat und ein Ziel hat, zur nächsten Mission zu gehen oder was auch immer, dass man da nicht eine große Markierung in der Spielwelt sieht. Man sieht einfach gar keine Markierung in der Spielwelt und wird nur geleitet durch diesen leitenden Wind, den man immer wieder aktivieren kann. Und dann sieht man eben den Windstoß und die Blätter bewegen sich auch in die entsprechende Richtung und auch die Bäume bewegen sich gegebenenfalls in diese Richtung. So dass man daran erkennt, in welche Richtung man sich eben bewegen muss. Und das fand ich zum Beispiel auch eine richtig feine Sache, das ist so eine Kleinigkeit, die bei vielen glaube ich untergeht, wenn man jetzt noch über Ghost of Tsushima nachdenkt. Aber die hat auch das Spiel eben, finde ich, besonders gemacht, weil es an diese Sache herangegangen ist und gesagt hat, ey lass uns da zumindest, ja, in einer Nuance das Ganze so verändern, dass man weiß, man spielt ja ein anderes Spiel als die üblichen Spiele vielleicht, die ja Open-World-Action-Adventure sind. Ein anderes Element dieser Veränderung war ja dann der starke Fokus auf den Nahkampf. Klar gab es auch Fernkampfwaffen, man konnte ja auch mit Pfeil und Bogen arbeiten, aber das war einfach nicht primär der Fall. Man hat das ab und zu verwendet, je nach Spielstil vielleicht, aber im Prinzip war der Fokus natürlich der Schwertkampf. Und der war auch richtig geil, kann vielleicht nicht mit einigen großen Titeln mithalten, gerade die Souls-Spiele führen ja viele an, dass sie sagen, die sind noch fordernder, noch hartnäckiger. Ist ja auch vollkommen okay, weil das Spiel soll ja nicht so super brutal schwer sein. Trotzdem ist es schwer genug, wenn man da unachtsam ist und niemals blockt, niemals ausweicht, dann dauert das nicht lange ein, zwei Gegner und man ist dann auch meistens schon tot. Also man musste sich durchaus konzentrieren, ich fand den Schwierigkeitsgrad gerade am Anfang für den Einstieg gar nicht mal so einfach. Deswegen habe ich auch viel geschlichen, ich fand das Schleichen hat auch durchaus Spaß gemacht, man konnte sich auch schön annähern. Und da kam dann ein wesentliches Element zum Tragen, finde ich, was richtig gut die Gameplay-Elemente mit der eigentlichen Geschichte verbunden hat. Das machen ja viele Spiele nicht so gut. Da hat man das Gefühl, es wird eine Geschichte erzählt, aber das, was man gameplaytechnisch macht, passt gar nicht so genau zur Geschichte. Und hier passt das einfach, ja man muss sagen, wie Arsch auf Eimer. Denn es geht ja darum, dass man eigentlich sich verhält wie ein echter Samurai. Und das auch in den Rückblenden immer wieder gezeigt wird, dass das dieses Credo ist, nachdem auch unsere Hauptfigur Jin Sakai einfach lebt und das beigebracht bekommen hat. Und auf einmal durch diese Invasion der Mongolen wird man per Zufall eigentlich damit konfrontiert, dass es manchmal auch andere Mittel und Wege gibt und dass diese auch manchmal nötig sind, um zu überleben. Dass man auch mal aus der Dunkelheit angreift, auch mal hinterrücks angreift. Etwas, was die Samurai halt niemals tun würden. Was der Onkel einem ja auch bei jeder Möglichkeit immer wieder sagt, dass das nicht der Weg des Samurai ist. Aber man lernt neue Möglichkeiten, das heißt Jin lernt das, dass man andere Möglichkeiten hat und diese auch gehen muss, indem man sich anschleicht, von hinten angreift und auch Fallen stellt und so weiter. Und dann lernt man das als Spieler eben, indem man diese neuen Gameplay-Elemente auch dann wirklich freischaltet. Da passt das dann einfach wunderbar zur Story. Je mehr man davon macht, desto, wie soll ich sagen, rücksichtsloser dem Samurai-Kodex geht man ja, desto mehr wendet man sich davon ab, so das wollte ich sagen. Und das zeigt sich dann auch eben in der Story. Also das ist halt eben das wesentliche Kernelement. Das ist eine ganz banale Story im Wesentlichen, weil es geht darum, sich gegen die Mongolen durchzusetzen, aber eben auch, wie kann man das vielleicht in Einklang bringen mit dem, was es ausmacht, ein Samurai zu sein. Und genau diesen Pfad verlässt man dann als Jin Sakai. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, bevor ich jemanden spoiler, aber ich meine, das ist ja offensichtlich auch aufgrund der Trailer, wie es damals auch beworben wurde, dass es darum geht, zu überleben, sich zu rächen und sich zu verändern. Und wie sehr das an einem nagen kann und wie sehr das vielleicht auch an der Familie nagen kann und so weiter. Und das hat das Spiel, finde ich, besonders gut gemacht. Die Story an sich war nämlich überhaupt nicht überragend oder so. Die war jetzt nicht besonders fesselnd, die war jetzt nicht mit super vielen Story-Twists versehen. Die war relativ straightforward, die war in Ordnung, also versteht mich nicht falsch, ich fand die Story gut. Aber sie war erst besonders, weil sie eben auch das Gameplay des Spiels hervorragend mit dem, was erzählt wurde, verwoben hat. Und das hat mir besonders gut gefallen und das hat mir sogar jetzt beim zweiten Spieldurchgang immer noch so gut gefallen. Und deswegen sage ich nicht zu Unrecht, Ghost of Tsushima ist definitiv eins der absolut besten Open-World-Spiele von Sony. Und genau wie in der Story, genau wie bei der Grafik, merkt man einfach an allen Ecken und Enden so die Liebe zum Detail, die einfach deutlich wurde. Ich habe vor langer Zeit, vor Jahren muss man inzwischen sagen, auch mal damals ein Video gemacht, noch, ich würde sagen, mit schlechterer Qualität, wo ich auch so ein paar Highlights darstelle, wo das Spiel so auf Details achtet. Das könnt ihr euch gerne mal angucken, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen und alle nochmal aufzählen, aber es gibt viele von solchen kleinen Elementen, wo man wirklich weiß, wow, hier haben die Entwickler sich wirklich Mühe gegeben, hier haben sie mitgedacht und das merkt man im Spiel an allen Ecken und Enden an. Und deswegen hoffe ich sehr, und das ist dann im Prinzip der Grund für das Video, dass jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat, das nachholt. Jeder, der mit so einer Open-World was anfangen kann oder der mit dem feudalen Japan was anfangen kann, der muss dieses Spiel gespielt haben. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir tatsächlich in Kürze mal was erfahren von einem möglichen Nachfolger, denn darüber wird ja schon sehr lange spekuliert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Geschichte auf irgendeine Art und Weise fortgesetzt wird. Wie steht ihr zu Ghost of Tsushima? Habt ihr das Spiel gespielt? Wart ihr auch so begeistert oder eher nicht so, weil euch irgendwas gefehlt hat oder weil euch irgendwas gestört hat, was auch immer eure Meinung ist, schreibt sie mir in die Kommentare, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann hoffe ich sehr, bis bald.